Dann bekomme ich noch ein Stückchen Tee und dann bringst du mir den grünen Hopper und da kannst du mich auch draufsetzen, um uns was zu tun. Vielen Dank. 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 Ja, für meine Frau auch. Ja, also zweimal Kohl-Roulade mit Salzkartoffeln. Ja, schön trockene Salzkartoffeln, bitte. Wie immer. Wie immer. Ja, was trinkt man denn bei den Schönen zum Mittagessen? Hattest du? Ja. Ja. Ja, ich nehmt. Ja, ich nehmt, ja. Erika? Ja, zwei König-Pilz-Ratter. Ich auch mal, Erika. Haben Sie große Pilz? Bitte? Ja, ein Liter! Erika, die haben einen Liter! Oh, meine Frau freut sich sehr. Jetzt hat sie sogar ein Ei gelebt. Tu ihn in der Handtasche. Wegen Nachtisch noch eine Frage. Die Karte ist sehr groß. Was ist denn die Nummer 106.005? Aha. Hm, tja. Erika, fürs Bücklau. Ja, ist Eis, ne? Ja, fürs Bücklau. Erika, du? Nein, ich auch nicht. Nein, 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 nehmen wir gar keinen Nachtisch. Dankeschön, du Frau. Ja, nee, das ist dann alles. Die Kartoffeln aber schön trocken. Boah, 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 boah! Noch trockener wie trocken, höre ich mal. Ja, geh doch einfach, Erika. Äh, meine Frau ist wohl so ein bisschen, äh, läuft jetzt ein bisschen auf den Teppich rum. Darf die? Naja. Naja. Es passiert nichts, keine Angst mehr. Ich weiß nicht. Das waren Impressionen aus dem Schienenrestraum. Wir kommen noch so. To be a man, it's hard in a world of strangers, isn't it? Everyone who wants to be a man, he get to run and want to catch his son. To be a man, it's hard to be a woman, cause you're waiting for to be a man. Ah, 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 ah. Oh, 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 it's hard to understand the way that that song goes. So, come along with me, the everlasting world. The nerds behind the houses, it can hurt you, people will say, creepy and intense, so hurry up, to catch the old robbers, bandits, murderers, and the people who won't pay their taxes too, shoo-dee-doo-dee-doo, so now pick it up! The nerd The nerd Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018